Ich bin Regina Luca und ihr seid hier in meinem Tanzstudio Magic Dance in Karlsruhe Innenstadt. Ich bin Profi-Tänzerin. Man kennt mich auch von Fernsehshow Let's Dance auf RTL. Ich habe mit unterschiedlichen Promi schon mal getanzt und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Staffeln. Ich liebe Tanzen über alles. Tanzen ist meine Leidenschaft und irgendwann mal bin ich einfach dazu gekommen, diese Leidenschaft mit anderen Leuten zu teilen. Möchtest du tanzen? Möchtest du Spaß haben? Möchtest du ganz viel vom Tanzen erfahren? Dann komm zu mir in meine Tanzschule.